so heute gibt es mal für euch einen schönen orangenen karton den habe ich letztes jahr geliefert bekommen und mal sehen was dieses gute stück kann na gut also auf jeden fall heute gibt es mal für euch die powerhammer von komet da driftig der schlag schnellfeuer batterie mit 100 effekt starken verwandlungskometen also brutaler kann man eine batterie nicht beschreiben außerdem noch dazu eine NEM von 45 gramm das sind fast 0,5 gramm pro kugel aber es kommt ja bekanntlich nur die hälfte der schusszahl raus deswegen bin ich mal gespannt drauf 100 schuss von komet wir sind gespannt viel spaß die powerhammer wow das hat mich jetzt echt ganz schön gewundert dass das sogar mit crackling ist also diese 100 schuss hat mir echt mal gefallen dafür gibt es sogar von mir meinen like ich danke euch fürs zusehen und bis zum nächsten video euer effects firework